Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Gothic. Ja, letztes Mal haben wir ganz viel erlernt, unter anderem Magie. Ich habe auch noch vergessen zu sagen, dass wir hier ganz tolle neue Schriften verwendet haben. Also man kann die Teile hier auf Tasten legen. Das habe ich jetzt endlich gecheckt mit den Dingern, dass wir hier... Das hier ist Taste 4, wenn ich 4 drücke, dann rüste ich meinen Feuerpfeil aus, der allerdings total schwach ist. Und das hier ist Licht, das haben wir glaube ich von Korkalom bekommen. Äh, das Ding ist auch ganz toll, weil damit können wir ein kleines Leuchten über unserem Kopf erzeugen. Und das war es dann auch schon. Wir reden jetzt mal mit den Leuten hier, vielleicht haben die eine Mission für uns. Magie zu ehren. Ah, du hast gar nichts für mich. Ja, ja, mach's gut mein Kumpel. Äh, scheiße, kann uns denn hier nicht irgendjemand vielleicht eine Mission geben? Ich brauche Erfahrungspunkte. Der hinter dir stirbt, glaube ich. Hm, das geht alles noch nicht. Alter, chill mal, ja, Drago. Magie zu ehren. Sag mal, ey, keine Mission. Wer könnte uns denn Missionen geben? Ich meine, ich möchte jetzt nicht in das Sektenlager darunter und denen irgendwas helfen, weil... ...die sehen mir nicht so aus wie Leute, mit denen ich was zu tun haben will. Ah, ich sehe hier überhaupt nichts. Ein Bett ist hier, okay. Noch ein Bett. Truhen und betten. Toll. Hier schlafen die wahrscheinlich alle. So wie es aussieht und das hängt mir viel zu sehr. Wieso hängt das andauernd? Das soll nicht hängen, das nervt mich. Hey, Damarok. Magie zu ehren. Ende. Alter, was ist denn los? Wieso ruckelt das denn so? Ist das die Kamera im Gebäude oder was? Keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall irgendjemand, der uns jetzt noch Missionen gibt, ey. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer anderen Mission? Die große Sache der Bruderschaft. Ach. Aha. Wir sollten... Dass ich Mordrak etwas drüber erzählen kann und dann raven. Wer ist denn Mordrak wieder gewesen? Mordrak? War das nicht der Typ aus dem neuen Lager? Hä? Moment. Goddust? Goddust. Okay, wer ist Mordrak? Bartholomeus oder was? Balaam? Omid, hey. Hi. Hallo. Hallo. Das ist uninteressant. Tut mir leid. Wer ist denn Mordrak? Hä? Wieso denn Mordrak? Das ist Raven. Das ist Seraphim oder so. Und das ist Gormes. Aristo und Scar. Hä? Okay. Ein Goddust. Hä? Aber Mordrak ist doch der andere Typ, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich meine, wir können mal ins neue Lager gehen und gucken, was da ist. Ich wollte im neuen Lager eh noch was machen. Was ich seltener mal mache, aber was auch Spaß macht. Ich meine, wenn wir Raven davon erzählen können, ist ja schön. Ich würde aber gerne erstmal Mordrak davon erzählen. Weil es gibt sicherlich Erfahrungspunkte. Unwichtig, unwichtig. Schatten. Diego. Ja. Da ist niemand mehr. Ach, du bist auch nur ein Goddust. Du bist gar nicht der, von dem ich denke, dass er mich immer am 10. Erz anhauen will, weil er glaubt, ich bin so schwach, dass ich Hilfe brauche. Oder so einen Scheiß. Ja. Ja, die braucht hier keiner. Den Schutz kriege ich eh. Den erwarte ich von euch allen. Ja. Sollte ja klar sein, gell? Boah, ey. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Also, ab ins neue Lager. Hurra. Das geht ja auch, glaube ich, hier irgendwie. Hm, hm, hm. Schalala. Renn, renn, renn. Waffe raus. Oh, nein. Nicht die Waffe. Die andere Waffe. Die Einser-Waffe. Ja, wenn ich jetzt die 3 drücke, dann hole ich nicht mein Feuer raus. Wenn ich die 5 drücke, äh, die 5, dann hole ich mein Licht raus. Ach so, nee, ich habe die 4 wieder gedrückt. Äh. Die 5. Licht. Weg damit. Und wieder die 1. Hm. Also, was ich auf jeden Fall noch machen wollte. Ich wollte die anderen Viecher da töten. Die sind aber komplett auf der anderen Seite. Daher... Na, noch nichts. Ah, so ein Scheiß, ey. Ganz ehrlich. Das regt mich ein ganz kleines bisschen... Ja, wieso denn Mordrack? Täusche ich mich da jetzt? Das war doch ernsthaft. Das war doch der Typ, der da, du weißt schon, da wohnt. Aber wieso? Hä? Wieso sollte ich Mordrack davon erzählen? Haben wir da mal eine Mission von denen? Oh, guck mal, die nehmen wir mit. Wie viel brauchen wir denn für die neuen Level? Oh, noch 3000. Ja, dann nehmen wir euch definitiv mal mit. Ihr bewacht ja eh noch eine Höhle. Was willst du denn? Hey, die haben uns tatsächlich wehgetan. Was ist denn da los? Aber das, was sie rausbringen, entlohnt uns auf jeden Fall genug. Hm. Ist da was drin? Oh, da geht's tiefer rein. Und nein, das ist alles leer. Na, toll. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, da hinten sind noch mehr Viecher. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Die metzeln mal alle nieder. Ich möchte möglichst schnell die Kreise der Magie erlernen, weil der erste Kreis der Magie ist sowas von schwach. Das ist fast schon peinlich, ja. Ich meine, es ist ja lustig, wenn man 30 Schaden machen kann. Das ist aber auch gar nichts, wenn man 30 Schaden macht. Weg mit dir. Hallo. Fick dich. Könntest du dich bitte entscheiden, welchen von beiden du angreifst? Einfach töten. Geht mir eigentlich nur um die Erfahrungspunkte, warum ich das Zeug immer noch einsammle. Ich hab keine Ahnung. Ja. Wir sind völlig überlegen. Wir brauchen das eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber wir nehmen es mal mit, ja. Man weiß ja nie. Wie viel haben wir davon eigentlich mittlerweile? Verschiedenes ist das hier. Ja, ja, ja. Mittlerweile genau 100 Flügel. Äh, yay. So. Hallo, du... Ach, du bist hier ganz allein. Ja, dann will ich dich nicht. Dann will ich ihn ja auch nicht zwingen, weiterzuleben. Sein Leben in Einsamkeit, ja. Aber lassen wir ihn lieber ein bisschen bluten und dann sind wir auch schon fast beim neuen Lager. Hm. Ich hab keine Ahnung. Also, bleib bitte stehen. Speichern wir mal ins Zweifel. Die Frage ist Magie. Ich hab ja Magie, die ist ja bei mir auf Entfernung. Hm. Mordrack ist doch der hier, ne? Ja, irgendwelche Banditen. Was wir hier auch gleich nochmal machen, das, äh... Da kann ich mich noch dran erinnern. Das hab ich mal gesagt. Das will ich gar nicht machen. Aber jetzt will ich es machen, weil ich es machen kann. Passt nur mal auf, ey. Wir machen die gleich mal Gefüge und zeigen denen gleich mal, wer hier Chef ist und wer nicht. Hoffe ich. Vielleicht. Lieber mal speichern. Man weiß ja nie. Weil... Achtung. Achtung. Hey du. Neu hier. Was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Äh... Vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Soll mir mal helfen? Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Billige Mission. Egal. Du bist der Reislord, oder? Ich will einfach nur Erfahrungspunkte. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Klar. Lefty schickt mich. Ach so. Was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Das war gar nicht nett. Was ist eigentlich, wenn wir hier verkacken? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Cool. Sehr schön. Bauer, Bauer. Ja, toll. Danke, dass du im Weg stehst, Idiot. Bauer. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Wer bist du denn? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Ja. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Richtig. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Idiot. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Da hast du recht. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein. Und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Oh. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein. Dafür werde ich dir nichts beibringen. Ah, jetzt hören wir doch mal auf. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nö. Nein. Dachte ich mir. Ja, nimm Wasser. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Tschüssi. Wer ist denn noch traurig? Du. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den... Ja, das haben wir schon gehört von dem anderen. Sei mal still. So, wer von euch hat denn jetzt schon was gekriegt? Wie viel Wasser haben wir noch? Elf. Hä? Ach, keine Ahnung. Mir egal. Wir machen erstmal hier unten jeden zweiten durch. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Gluck, gluck, gluck. So. Du hast Pech gehabt. Mach mal mit dir weiter. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Meine Güte. Alle saufen sich Schlamm. Eins, zwei... Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ja, alle saufen sich Schlamm, ey. Ist ja schlimm. Du siehst auch alt aus. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Was mache ich hier? Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Immer doch. Du da. Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Ja, ja. Sei still, Mann. Bringst mich ganz in Verlegenheit. Du siehst auch noch aus wie einer, der es brauchen kann, ja? Lefti schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Ja, immer doch. Ja, wie viel ist denn das jetzt noch? Du siehst nicht aus wie einer, der es braucht. Scheiß drauf. Mach leer die Flasche, mein Freund, ja? Danke, Mann. Ja, alle saufen ist der Schlamm, ne? Gut. Hey, du. Gut gemacht. Du bist jetzt so was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Nö, mach ich nicht. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Der Falsche, du Idiot. Der hat genug. Du genauso. Ah! Ja, ich mache euch beide fertig. Das kann ich dir mal verzählen. Wieso ist dieser Vollidiot so dumm und greift den Falschen an? Das kann doch nicht so schwer sein. Wirklich nicht. Dafür muss man kein Vollidiot sein. Ah! Meine Güte. Alles, was du sollst, ist den da umhauen. Ja, genau. Das ist ja so schwer. Zu treffen. Zu treffen. Dafür muss man intelligent sein. Das kannst du doch gar nicht können. Dein Erz, ja? Dich haue ich als nächstes um. Du blöde Flunder, du. Du kriegst auf deine Fresse. Ja, das kriegst du. Ja, der Idiot muss mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Die ich ihm nicht aufzeigen kann, weil ich so dumm bin wie dumme Scheiße. Mann! Gott! Ja? Okay, nächstes Mal hauen wir erst diesen Reisbauernwichsern nieder. Ja? Meine Güte, wenn du sonst nichts kannst. Ich meine, Zielen, das ist schon was. Da muss man mindestens intelligent für sein. Nein! Du tust dich jetzt nicht mit irgendeiner Scheiße ausrüsten. Den nimmst du. Dann rüstest du ihn aus. Dann haltst du dich hoch, weil du es ja ohne nicht mehr kannst. Gott, ey! Bist du peinlich! Nochmal! 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 Heilige Scheiße! Ist das schwer, hä? So. Wir gucken den an und hauen ihn kaputt. Oh, war das jetzt schwer. So, und dich hau mal gleich mit, ja? Dass du gleich weißt, was du wert bist, du Drecksack. Nein, du nimmst jetzt... Nein, du sprichst den nicht an. Du nimmst dir alles, was er besitzt. Gott, ey! Wenn man schon so dumm ist wie Scheiße, ja? Oh, guck mal, wie viel Erz der für uns jetzt hat, der Wichser. Das ist alles unseres Erz. Fick dich. Meins. Kann doch nicht sein. Heilige Scheiße, ist das peinlich. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, ja. Ich hab ja so eine Angst vor dir. Ach, guck, da nimmt er sich einfach eine Waffe. Ja, die ist aber mir, Freundchen. Ja? Nein. Meins. Ich hol mir jetzt erstmal dein ganzes Geld und dann alles andere, was du auch noch besitzt. Gott, noch eins, ey. Kann doch nicht sein. Wie schwer ist das eigentlich, hä? Dafür brauchst du so viel Schützenhilfe. Katastrophe, ey. Nochmal. Nein. Mein Freund. Alles meins. Alle Erz und alles andere auch. Bleib liegen. So. wag es, noch einmal zu kommen. Richtig, hat er auch völlig zu... Nein, ich möchte den jetzt plündern. Her damit, so. Und ich hoffe mal für... Ja, ja. Ah, wo ist es denn? Herrscherstab. Och, Gottle. Hoffen wir mal, dass die uns jetzt nicht attackieren. Das wäre peinlich. Oh, und ich sehe, wir haben schon 19 Minuten, das heißt, ich werde gleich die Folge beenden. Wir schauen jetzt noch schnell bei dem Mordtrag vorbei, ja. Weil wir das können. Oder ich hoffe, wir können das noch. Wer bist du? Homa? Homea oder was? Das wäre eine lustige Anspielung. So, dürfen wir denn überhaupt noch da rein? Wieso soll ich das denn dem Mordtrag erzählen? Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein. Geh nur. Hä? Wie läuft das Schnapsgeschäft? Geh rein und frag Silas. Wir können uns nicht beklagen. Okay. Ihr lasst hier nur Banditen und Schürfer rein? Wegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Okay. Mordtrag, ja. Wir sollen Mordtrag davon berichten. Wieso auch immer. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gerne mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von den Magier bist, dann die Präferenz. Hä? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Das will ja keiner haben. Das ist ja alles wertlos. Hä? Bist du mich verarschen? Dass ich Mordtrag darüber erzählen kann. Ja, wieso denn Mordtrag? Hä? Bin ich denn jetzt blöd? Keine Ahnung. Na, mir soll es egal sein. Moment. Was bist du für einer? Ein Baal. Ach, guck mal. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg krautlos werden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Wieso nicht? Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Oh. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Guter Kerl. Was ist denn hier los? Du bist ja ein Idiot. Überlegst dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann. Ich schaff's lieber. Nochmal. Überlegst du. Nee, Mann. Nochmal. Überlegst du. Nee, Mann. Nochmal. Überlegst du. Ach, du bist ja ein Loser. Zeig mal, was hast du denn? Hier. Was machen die? Ich hab keine Ahnung. Ja, mir egal. Der will echt nicht. Das ist ja mal voll gemein. Überlegst du. Nee, Mann. Oh, Loser. Na ja, gehen wir halt wieder. Keine Ahnung. Okay, wir erzählen das jetzt dem anderen. Aber, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Weil wir sind jetzt schon bei 23 Minuten. Das ist eine sehr lange Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Servus.